Narumol fand 2009 bei Bauer sucht Frau ihre große Liebe in Bauer Josef. Sprüche wie Ich bin fick und fertig machten die Thailänderin zur Kultkandidatin der RTL-Kuppelshow. Doch hinter ihrer strahlenden Fassade stecken dunkle Geheimnisse. Narumol David wurde am 17. Mai 1965 in Südthailand geboren. Ihr Vater war Friseur, ihre Mutter Schneiderin. Wir waren keine armen Leute. Wir hatten immer genug zum Leben, erinnert sie sich später in einem Interview. Trotzdem war Narumols Kindheit alles andere als einfach. Als sie acht Jahre alt war, erlitt ihre Mutter ihren ersten Schlaganfall und war anschließend gelähmt. Nach weiteren Attacken nahm sie sich das Leben. Die kleine Narumol musste sich seitdem um ihre beiden Schwestern und ihren Bruder kümmern. Die spätere Bauer sucht Frau Kultkandidatin hatte schon damals große Träume. So wollte sie Stewardess oder Krankenschwester werden. Doch die Realität sah anders aus. Narumol übernahm nach der Schule zusammen mit ihrem damaligen Freund den Gemüsestand ihrer Eltern. Die Beziehung zu ihrem Vater Sompot war damals schwierig. Jahrzehntelang hatten die beiden keinen Kontakt. Erst 2018 kam es zur Versöhnung. Während einer Asienreise mit Bauer Josef besuchte Narumol ihren Vater. Dass sie sich mit ihrem Elternteil wieder angenähert hat, hat einen traurigen Grund. Papa ist inzwischen sehr krank. Schlaganfall, Diabetes, das Herz. Ja, ich muss Papa helfen. Ich muss ihm vergeben. Vergessen werde ich aber nie. Erzählt sie damals. Narumol war gerade einmal 18, als sie ihr erstes Kind, Sohn Jack, bekam. An dessen Vater hat sie traumatische Erinnerungen. Er behandelte mich wie einen Hund. Mir war klar. Er betrügt mich. Die Frau wurde sogar schwanger von ihm. Mein Mann verlangte von mir, dass sie zu uns zieht. Schildert sie in einem Interview. Ein Jahr lang hätte Narumol mit Sohn Jack, ihrem Partner und dessen Geliebte, zusammengelebt. Dann zerbrach alles. Irgendwann konnte ich nicht mehr, so Narumol weiter. Zweiter Schicksalsschlag. Narumols erster Ehemann starb an Krebs. Bei einem Besuch in Deutschland lernte Narumol ihren späteren Ehemann Günther kennen und entschied sich für die Liebe dazu, nicht in ihre Heimat Thailand zu ihrem Sohn Jack zurückzukehren. Narumol und ihr Mann wurden Eltern der kleinen Jenny. 17 Jahre waren die zwei glücklich verheiratet, bis Narumol einen schrecklichen Schicksalsschlag erlitt. Günther verlor 2008 im Alter von gerade einmal 53 Jahren seinen Kampf gegen Lungenkrebs. Der Krebs sei sehr aggressiv gewesen, es habe keine Chance auf Heilung gegeben, erinnert Narumol sich in einem Interview. Es ging furchtbar schnell. Von der Diagnose der Ärzte bis zum Ende blieben ihm nur wenige Monate. Er war nach kurzer Zeit gelähmt. Irgendwann hatte er gar keine Kraft mehr, musste in die Klinik. Narumol und Tochter Jenny besuchten ihn bis zum Schluss im Hospiz. Bis heute hat die TV-Bekanntheit den Tod ihres ersten Mannes nicht richtig verarbeitet. Gemeinsam mit Bauer Josef besucht sie regelmäßig Günthers Grab in Kiel. Ich bin ein paar��로 woodworking Lieblings worden, als Tag in Kielke. Nein, gibts den Kielke. pinsenungsverteleend